Hallo liebe Camping- und Caravaning-Fans da draussen. Ich möchte euch zeigen, wie einfach es ist, eure Reisegefährten zu reinigen mit diesem MyClean Home-Pfleger-Set. In diesem Set haben wir zweimal Intensivreiniger für GFK, Kunststoff- oder Metalloberflächen, ein Acrylglasreiniger für saubere Caravanfenster, ein Gummipflegemittel für geschmeidige Dichtungen und zweimal Reinigungstücher als Wisch-Altzweckwaffe. Wie es funktioniert, zeige ich euch jetzt. Beim Fensterreinigen ist es wichtig, erstmal den groben Schmutz mit klarem Wasser wegzuwischen. Auf das feuchte Tuch nehme ich ein wenig Acrylglasreiniger und fange an, meine Scheibe zu putzen. Und danach mit klarem Wasser abspülen. Man kann das nachpolieren, aber es ist nicht notwendig. Bevor ich den Intensivreiniger benutze, ist es wichtig, den groben Schmutz mit klarem Wasser zu entfernen. Erstmal gut schütten. Wusstet ihr schon? Mit dem Pflegemittel könnt ihr sämtliche Gummidichtungen eures Reisemobils oder Caravans verwöhnen. Bevor ich das Gummipflegemittel einsetze, habe ich die Dichtungen schon gereinigt und trocknen lassen.